so war es glaube wir leute einen außerirdischen guten tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen zwischen video das heute bei euch mal ein bisschen als info video auf und wer meine videos kennt der weiß dass diese info videos während ich live nebenher zocke quasi null funktionieren ich bin gespannt wie das auf jeden fall heute funktioniert und vielleicht kommt ja was sinnvolles bei rum jedenfalls immer dieses video weil ja vielleicht schon bemerkt einige sachen auf dem kanal gerade nicht so gut laufen zum einen die video upload daten werden immer verzögter haben gar keinen rhythmus mehr und einfach ist einfach alles komplett komisch und zum anderen merkt ihr auch wahrscheinlich den inhalt der videos wird einfach nicht mehr so gut also woran liegt ich kann natürlich jetzt sagen dass es an verschiedenen sachen liegt wie zum beispiel die zeit oder halt berufsschule ausbildung abschluss heißt prüfungen stehen jetzt an der ganze scheiß der halt während einer laufbahn immer wieder so ansteht und tag ist auch das geschwätzle gerade ein bisschen zu viele leute jedenfalls habe ich halt gerade echt keine zeit und würde deswegen mein upload plan gerne auf den samstag bzw auf den sonntag runtersetzen einfach aus dem grund dass meine videos ein bisschen mehr inhalt wieder bekommen und ein bisschen aufwendiger gemacht werden können nicht mehr einfach so dahin klatscht und das hätte halt zum vorteil jetzt scheiß ich runter das hätte halt den vorteil dass ich quasi keine wurde von wenn das hat für mich den vorteil dass ich quasi nicht so ein stress machen muss welches video ich waren hochlade und ob ich ein video habe oder nicht oder wie man upload plan allgemein ist und für euch hat es einfach den vorteil dieses werden ein bisschen qualitativ hochwertiger nicht von von der art sondern vom inhalt und wahrscheinlich auch ein bisschen amüsanter und ein bisschen aufregter und ja genau ich hoffe einfach dass das so funktioniert wie ich mir das vorstelle ich habe dann natürlich auch dadurch dass wir dann die upload zahl ein bisschen runter setzen ein paar neue video projekte geplant zum beispiel habe ich mir einen t4 bus gekauft den ich jetzt aktuell um zu einem ach goldie zu einem camper das mache ich einfach weil es mir spaß macht ich habe schon seit zweieinhalb jahren diesen wunsch irgendwie mal mit dem camping mobil zu verreisen oder mir selber eins bauen oder was auch immer weil beim camping mobil hat man ja dann die möglichkeit dass es quasi auf einen zugeschnitten werden kann das hat doch keiner gesehen ich möchte mit diesem loll okay für gar nichts ich möchte mit diesem video projekt t4 nicht auf irgendeinen zug auf springen denn von schon von tausenden leuten angefangen wurde und was auch gerade mehr gehypt wurde sondern wie gesagt das ist einfach ein wunsch von mir selber ich möchte da ein bisschen freizeit reinstecken und dann kann euch dann nebenher auch ein paar videos machen ich werde es aber auch nicht so aufziehen dass ich jetzt sagt leute ich habe jetzt hier ein schlauch angebracht da irgendeinen schrauber reingemacht das werde ich nicht machen ich werde ich gelegentlich mal einen fortschritt zeigen oder mal einen kurzen take oder irgendwas was wir gerade im bus gemacht haben einfach damit ihren fortschritt habt und wir wissen was wir tun bzw wenn wir eine kleine dokumentation haben das war keine große video reihe werden was genau was habe ich noch geplant es soll auch wieder dann wenn ich ein bisschen mehr zeit habe für ein video wieder in die richtung mini games gehen bzw also es soll nur wenige mini games kommen und wieder ein adventure map oder halt irgendwie ein bildings spiele oder halt ich kann zum beispiel immer nur lol zeiger was soll die scheiße hör auf damit das ist mega auffällig was du hier machst geh weg ja bin gerade überlegen ob ich irgendwas noch vergessen haben sollte jetzt packe ich hier in der wand super haupt hintergrund deshalb ich habe keine zeit und ich möchte gerne mehr zeit in ein video investieren punkt gut ich glaube ich habe in diesem text alles mögliche gesagt hoffe auch dass das einigermaßen das war eine ziemlich runde ja liebe leute ich würde auch an der stelle sagen ich hoffe euch hat's gefallen wenn ja schießt gerne mal den like button ist alle teilt das wir auch gerne mit freunden verwalten dass es jeder sieht wie es aktuell auf dem kanal aussieht vielleicht wenn ich mal irgendwann wieder mehr zeit habe kommt vielleicht auch mal gelegentlich ein sondervideo weiß ich nicht sehen wir dann und ja wenn ihr auf jeden fall cool findet das dann dass ich versuchen möchte die über die videos ein bisschen qualitativ besser zu machen und das halt nur samstags kommt schreibt auf jeden fall mal unten in die comments und ich bin auf jeden fall auf euer feedback gespannt ja dann hoffen wir einfach meinen zuge dessen dass die prüfungen gut laufen dass wir so allgemein weitermachen können weil das ganze ist ja nur ein hobby das mache ich ja nicht beruflich das soll mal irgendwann beruf werden aber es ist aktuell nur ein hobby beziehungsweise beruflich im sinne von nicht youtuber sondern allgemein video und fotograf und ja von einer seite aus wäre es das eigentlich sogar schon gewesen für das video ich bin froh dass dieser tag hier so gut funktioniert hat aller guten dinge sind wohl doch hier und ich werde diese runde noch mit euch zusammen spielen und dann ja genau dann war es das auch wahrscheinlich ich fühle mich so alleine komme gleich noch ein kurzes feedback was unseren disco server anbelangt leute und zwar habt ihr vielleicht vielleicht habt ihr auch gerade ein paar änderungen auf unserem disco mitbekommen und zwar müsst ihr halt jetzt ein regelwerk akzeptieren damit ihr halt sprechen könnt das machen wir nicht weil wir spaß daran haben sondern das machen wir einfach um uns richtig ein bisschen abzusichern gerade weil jetzt auch schon relativ viele leute hier oben sind und alles was wir in zukunft noch geplant haben weil es soll ja auch in minecraft ein kleines server projekt geben kann ich so viel mal spoilern wie viel das jetzt wird ja danke ja genau aber ihr erfahrt dann alles noch zur rechten zeit im sinne dessen wenn es euch gefallen hat ich habe schon alles gesagt haut rein bis zum nächsten video und ciao wie auch immer tschüss quats dieses video super klappt das Bis zum nächsten Mal.